Sag mal, wovon redest du? Ich meine, ich bin verrückt danach. Du bist... Das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach. Nein, du verstehst das nicht. Doch, doch. Du bist gut. Du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so. Tut mir leid. Doch, doch. Bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Entschuldige. Aber ich habe mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir deinen Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber diesmal komme ich wirklich rechtzeitig. Versprochen? Versprochen. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Ich bin ja. Tschüss. Musik. 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 Vielen Dank.